Talente fördern heißt Möglichkeiten schaffen. Das ist ein Leitmotiv des österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung. Ein besonderes Anliegen des ÖZBF ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass aus den unterschiedlichsten Talenten hervorragende Leistungen entstehen können. Ja, in jedem von uns steckt ein kleiner Mozart. Das hat einmal Antoine de Saint-Exupéry erzählt und geschrieben. Und das ist für mich auch das Motto für Schulpolitik. Achten wir auf die Talente, Begabung an unserer Schüler und Schülerinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein möglichst früher Zugang zu Wissenschaft und Forschung für begabte junge Menschen ist ein ganz wichtiger Start für eine mögliche spätere Laufbahn. Es ist aber auch ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Begabung in den jungen Menschen. Die Begabungsförderung beginnt früh im Leben der Kinder, bei den Eltern, zu Hause, bei der Familie. Das ist ganz zentral. Dort beginnen die Stimulationen für die Begabungsförderung. Später kommen die Lehrpersonen dazu und dann wird es sehr wichtig, dass Elternhaus und Schule miteinander zusammenarbeiten und in die gleiche Richtung an der Begabtenförderung mitarbeiten. Musik 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 Begabung entsteht aus einer Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt. Musik Und ob Leistungsexzellenz erreicht wird, hängt nicht nur von der individuellen Begabung der Person ab, sondern auch davon, welche fördernden Lernmöglichkeiten vorhanden sind. Ja, das menschliche Gehirn ist generell sehr plastisch, sehr entwicklungsfähig. In den ersten Lebensjahren sind besonders viele Weichenstellungen auch stehen auf dem Plan. Und es ist besonders wichtig, dass in den Jahren die Kinder auch eine Förderung bekommen, sodass eine optimale Entwicklung möglich ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 in der Familie und im Kindergarten und idealerweise wird sie sich in der Schule, in der Hochschule, aber auch in der Berufs- und Arbeitswelt und in den Gemeinden als lebenslanger Prozess fortsetzen. Begabung entfalten, Zukunft gestalten. Begabungsentfaltung geht uns alle an. Die Zukunft wird durch unsere Talente gestaltet. www.begabtenzentrum.at